Unsere wundervollen Mix-Profi-Schüsseln gibt es in jeder Größe, für jede Gelegenheit und für jeden Einsatz. Unsere Mix-Profi-Schüsseln verfügen über einen Luft- und flüssigkeitsdichten Deckel. Sie können perfekt ineinander gestapelt werden, sind natürlich auch als Germ-Teig-Schüsseln geeignet und haben einen ganz speziellen Rand, wo ich die Schüssel gut festhalten, gut angreifen kann. Zusätzlich gibt es zu unseren Mix-Profi-Schüsseln auch einen Spritzschutzdeckel. Und dieser Spritzschutzdeckel kann bei den oberen drei Größen flexibel aufgesetzt werden. Einfach Deckel abnehmen, Spritzschutz drauf, mixen und die Küche bleibt sauber. Jetzt kommen wir noch zu den Größen. Wir starten mit unserer kleinsten 1 Liter Füllmenge. Weiter geht es mit 2 Liter, 3,5 Liter, 6 Liter und die ganz große 9,5 Liter. Die Mix-Profis gehören einfach in jede Küche.